Guten Abend, ich freue mich hier in Berlin zu sein unter Ihnen. Einige werden es wissen, vor 21 Jahren habe ich hier als Arzt gearbeitet, am Herzzentrum und habe von hier aus die praktische Medizin verlassen und das Angebot angenommen mit Linus Pauling zu arbeiten in Kalifornien an den wissenschaftlichen Problemen unserer Zeit, an den wissenschaftlichen Grundlagen der Gesundheitsprobleme unserer Zeit und ich habe keinen Tag bereut. Denn wenn man als Arzt arbeitet, das wissen die Therapeuten unter uns hier, dann kann man zehn, vielleicht auch 20 Menschen helfen am Tag, aber die Grundlagen zu verstehen, wie Krankheiten entstehen und sie letzten Endes auch zu beseitigen, das ist eine ganz besondere Herausforderung. Und umso schöner ist es für mich, hier zurückzukommen in diese Stadt und unter Ihnen, ja, zu feiern. Denn nichts anderes ist das heute Abend. Wir haben in dem Buch, was Sie hier draußen finden, Krebs, das Ende einer Volkskrankheit, die 20 Jahre zusammengefasst, die wir an diesem Thema gearbeitet haben und ist in einer Art und Weise getan, dass es eben nicht nur für die Fachwelt ist, sondern dass ein 16-Jähriger und eine 16-Jährige dieses Wissen verstehen. Und das wird diesen Prozess unumkehrbar machen. Es wird ab jetzt nicht mehr möglich sein, diesen mystischen Nebel über diese Krankheit zu hängen. Den Nebel der Unwissenheit. Ihr wisst ja nicht, wir, die Experten, wissen es. Und dieser Nebel der Unwissenheit ist die Voraussetzung für das Milliardengeschäft, was vorhin schon angesprochen wurde. Zunächst die Frage, wer ist zum ersten Mal bei einem Vortrag von Dr. Rath? Hat doch eine ganze Menge, vielleicht etwas mehr als ein Drittel, wenn ich das richtig sehe. Schön, dass Sie hier gekommen sind. Ihnen besonders gilt dieses Einführungs-Dia. Ja, ich, wir schulden Ihnen eine Erklärung, wer wir sind. Wir sind in erster Linie eine Organisation, die nicht existiert, um Profit zu machen. Diese Stiftung, die Sie hier sehen, die Dr. Rath Foundation, der gehört 100 Prozent all dessen, was wir an Erwerbstätigkeit machen. Ob das Bücher sind, Gesundheitsprogramme etc. Und demzufolge gehen auch 100 Prozent des Gewinns dieser Aktivitäten an diese Stiftung. Was macht die Stiftung damit? Wir haben uns verpflichtet, ein neues Gesundheitswesen mit aufzubauen, das eben nicht mehr dem Geschäft mit der Krankheit frönt, wo Krankheiten nicht mehr als Märkte angesehen werden, die man ausweiten muss, sondern ein Gesundheitswesen, was die Prävention, die Vorbeugung und schließlich die Ausmerzung und Beseitigung von Volkskrankheiten zum Ziel hat. Das sind wir. So, und weil wir mit diesem wissenschaftlichen Ansatz und auch mit diesem ethischen Prinzip einen völlig neuen Weg gehen, wählen sich all diejenigen, die wir damit bloßstellen. Völlig klar. Niemanden sollte das überraschen. Das ist eine Gesetzmäßigkeit. Und so findet sich zu Beginn dieser Vortragsreihe, Sie wissen das vielleicht, am Montag waren wir in Wien, am Dienstag in Zürich, gestern in Stuttgart, heute hier in Berlin ist der Abschluss. Zu Beginn dieser Vortragsreihe finden sich dann auch die entsprechenden Schlagzeilen. So in der Online-Version von BILD am 12. Oktober, so gefährlich sind Vitaminpräparate. Frauen sterben früher, Männer bekommen öfter Prostatakrebs. Millionen Menschen werden mit diesen falschen Informationen irritiert. Die Studie, die in der BILD-Zeitung hier und auch in anderen Medien hofiert wurden, haben wir uns mal unter die Lupe genommen. Und es ist interessant, da einige wenige Minuten drauf zu verwenden, was steckt dahinter? Erstens, es ist gar keine klinische Studie, wie hier dargestellt wird oder wie man vermuten könnte, in der eine Gruppe der Teilnehmer Vitamine bekam und die anderen als Kontrollgruppe fungierten. Die ganze Studie beruht auf Fragebögen über Essverhalten und andere Aspekte. Wo wohnen Sie, welchen Bildungsgrad haben Sie etc. In einem Bundesstaat der USA, Iowa, der überwiegend ländlich, also agrar, gestaltet ist? Hochaktuelle Studie, meinen Sie? Die letzten Fragebögen wurden 2004, also vor sieben Jahren ausgefüllt. Und jetzt kommt der Richtige einmal. 80 Prozent der Kontrollgruppe in dieser Studie oder angeblichen Studie, das heißt über 11.000 Teilnehmer, sind während der Studie ausgefallen. Ohne Angaben von Gründen und konnten gar nicht bewertet werden. Zusammenfassend, die angebliche Studie, die beweisen soll, dass Vitamine schädlich oder gar tödlich sein, ist gar keine klinische Studie. Die fragwürdigen und alten Daten wurden offenbar so lange massiert, wie sie ihren Zweck erfüllten. Doch die Zeitungen sind nicht die einzigen Medien, die eingesetzt werden, um die Menschen zu irritieren und davon abzubringen, die neuen Wege, die jetzt wissenschaftlich möglich werden, zu begrüßen. Auch öffentlich-rechtliche Fernsehanstalten werden dazu missbraucht. Ein Beispiel der WDR, also ich nenne Nordrhein-Westfalen nicht Bayern, sondern Bayerland, nicht Leverkusen ist ja in Nordrhein-Westfalen. Da lesen wir in dem Fernsehbeitrag kolportiert, Nahrungsergänzungsmittel erhöhen das Sterberisiko. Hochgradig gesundheitsschädliche Substanzen. Unverantwortlich. Finanziert mit den Gebühren der Menschen, mit den Steuergeldern der Menschen, denen hier Gesundheit und Leben abgesprochen werden. Bunter geht es eigentlich gar nicht. Ich sage, die Redakteure, die Fernsehjournalisten, die diese Beiträge gemacht haben und natürlich die Intendanten, haben diese Schubladenstudie gar nicht gelesen. Können sie gar nicht. Jeder, der die gelesen hat, wendet sich ab, schauderhaft. Und alle beteiligten Medien haben mit ihrer falschen Berichterstattung fahrlässig die Gesundheit und das Leben von Millionen Menschen gefährdet. Ich nenne diese Truppe, die sich vorgenommen hat, diesen Durchbruch zu torpedieren, die Maulwurf-Fraktion des Pharmakartells. Gemeinsamkeiten gibt es durchaus. Man kann oder will nicht sehen. Man verschläft viel. Und vor allem, man arbeitet überwiegend im Untergrund. Doch jetzt ist das Spiel vorbei. Wenn man mal so die Glaubwürdigkeit verspielt hat, wie diese Journalisten mit dieser Propagandashow seit zehn Tagen, mit einer Studie, die gar keine ist, dann wird einem in Zukunft auch niemand mehr glauben. Und jeder Angriff, der aus diesen Ecken kommt, wird letzten Endes dazu führen, dass das Kartenhaus der Krebs-Epidemie und des Geschäfts mit dieser Epidemie noch schneller zusammenbricht. Und es werdet ihr sein, die Menschen hier in Berlin und die Menschen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und weltweit, die geschädigt wurden durch diese Propaganda, durch diese falschen Informationen, die diese Menschen, diese Journalisten und Medienvertreter eines Tages zur Rechenschaft ziehen werden. Da bin ich sicher. Wir haben die Inhalte dieses Buches nicht nur in Vorträgen vorgestellt. Am 22. September, also jetzt vor einem Monat, erschien die Ankündigung über diesen medizinischen Durchbruch in der New York Times. Ich darf Ihnen das mal eben zeigen. Hier finden Sie die Ankündigung dieses Buches in der einflussreichsten Zeitung der Welt. Das war keine Selbstverständlichkeit. Dort gibt es einen Chefsensor, der prüft, ob die Inhalte dieser Zeitung auch der Wahrheit entsprechen bzw. der Bedeutung dieser Zeitung. Ich habe mit ihm selber gesprochen. Er sagte, wissen Sie, Dr. Rath, wir können das nicht abdrucken. Ich sage, warum denn nicht? Er sagt, ich habe unsere medizinischen Experten gefragt, die sagten, es gibt zu wenig Beweise. Ich sage zu ihm, wie können Sie von Ihren medizinischen Experten erwarten, dass Sie etwas anderes vertreten als den Status Quo? Und wir haben uns darauf geeinigt, dass die Ankündigung erscheint. Da fanden sich an diesem Tag folgende Ausführungen in dieser Zeitung in New York. Mit der Veröffentlichung dieses Buches wird das Zeitalter der Zellvergiftung durch Chemotherapie und Bestrahlung ersetzt durch das Zeitalter der Zellregulation. Also ein völlig neues Verständnis über die Entstehung dieser Krankheit, die zu einem völlig neuen Therapieansatz und Präventionsansatz führen wird. Weiter stand in der New York Times, dieses Buch beendet die Tragödie der Krebsepidemie. Dieser Satz alleine in dieser Zeitung ist bemerkenswert. Die beschriebenen Naturheilverfahren sind wissenschaftlich erwiesen in der Lage, alle Schlüsselmechanismen zu hemmen, die Krebs zu einer tödlichen Krankheit machen. Das werden wir Ihnen heute Abend im Detail mitteilen. Doch der 22. September 2011 war nicht irgendein Tag in New York. Es war die Woche, als die UN-Generalversammlung für dieses Jahr eröffnet wurde. Und alle, alle Regierungen waren an diesem Tag in New York vertreten. Es saßen möglicherweise beim Frühstück, aßen eine Brezel oder ein Sesamhörnchen und haben diese Information bekommen. Wir hatten es Ihnen wirklich einfach gemacht. Wir haben das ganze Buch online gestellt in englischer Sprache, sodass Sie dieses Buch gar nicht mehr bestellen mussten. Sie mussten nur noch auf Ihren PC klicken und haben den Inhalt dieses Buches lesen, Runde laden und mit in ihr Land nehmen können. Zigtausende Hits auf diesen Internetseiten in den nächsten Tagen haben uns gezeigt, dass diese Botschaft, dass dieses Buch, dass der Durchbruch zur Beendigung der Krebsepidemie schon weltweit verbreitet ist und nicht mehr zu stoppen ist. Egal, was man versuchen wird. Seit dem 22. September wissen die Regierungen der Welt Bescheid, dass es Alternativen zu dem Chemotherapie-Konzept gibt, was nicht nur die Menschen in den Ländern der Erde krank macht, krank hält, früher sterben lässt, sondern auch die Haushalte, die ökonomische Situation dieser Länder in einer Weise beeinflusst, die wir alle kennen. Wir sagen nicht, weder Dr. Nezwicki noch ich, dass wir es alleine waren. Im Gegenteil. Wir als Wissenschaftler heute stehen auf den Schultern von großen Wissenschaftlern, die vor 80 Jahren angefangen haben, die Vitamine und ihre Gesundheitsbedeutung zu identifizieren. Ich habe mal drei mitgebracht. Der Entdecker der Gesundheitsbedeutung von Vitamin B1, der Niederländer Eichmann, Dorothy Hodgkin, Vitamin B12 aus Großbritannien, die ich selber noch kennenlernen durfte. Albert St. Georgi aus Ungarn, der das Vitamin C isolierte. Bisher gab es neun Nobelpreise für die Gesundheitsbedeutung von Vitamin. Auch das ein Hinweis für die Journalisten, die noch meinen, mit ihren Schlagzeilen Irritation schaffen zu können. Und darum geht es heute Abend. Nur einmal in der Geschichte wird eine Entdeckung gemacht, die zur natürlichen Kontrolle dieser Krankheit führen wird, Krebs. Und dieser Augenblick ist jetzt. Und wir wollen Sie heute Abend darüber informieren. Und noch eins. Das Recht in einer Welt, ohne der Angst vor Krebs leben zu dürfen, das wird uns, wird Ihnen, wird Ihren Kindern nicht geschenkt. Darum müssen wir gemeinsam kämpfen. Und dieser Kampf findet jetzt statt. Jetzt, wo dieses Buch raus ist, müssen sich die Gegner dieses Fortschritts der ganzen Menschheit positionieren. Und Sie werden es tun. Und Sie müssen sich entscheiden. Bleiben Sie auf dem Zaun sitzen und gucken, was passiert. Oder beziehen Sie die Position. Auch deswegen sind wir hier. Bevor wir zu den neuen Ansätzen kommen, ein kurzer Rückblick, was Krebs heute ist in Berlin, in Deutschland, weltweit. Jedes Jahr verschwinden durch diese Krankheit so viele Menschen, wie in Berlin, München, Stuttgart und Hamburg gemeinsam leben. 7,5 Millionen. Das entspricht ungefähr der gesamten Einwohnerzahl der Schweiz. Auch die Kosten dieser Krankheit sind beeindruckend. Direkt und indirekt sind es derzeit 209 Milliarden Euro. Und wenn nichts passiert, wenn uns nichts einfällt, um diese Krankheit, diese Spirale zu blockieren, werden es in 18 Jahren 330 Milliarden sein. Die Antwort der herkömmlichen Medizin auf diese Herausforderung der Krebskrankheit ist, ich sage es, weil ich keinen anderen Ausdruck dafür gefunden habe, hilflos. Wie anders kann man erklären, dass man eine Schrotflintenstrategie verwendet, um gegen diese Krankheit vorzugehen? Bestrahlung, radioaktive Strahlen, wie in der Welt sollen diese Strahlen unterscheiden können zwischen Krebszellen und gesunden Zellen? Das können sie nicht. Die Chemotherapie, das Einflüssen von hochtoxischen Substanzen in den Körper des Patienten, wie kann das Gift unterscheiden, was eine Krebszelle ist und eine gesunde Zelle? Kann es nicht. Also die herkömmliche Medizin tötet, schädigt und tötet. Wahllos Krebszellen und gesund sind. Das wussten sie vielleicht, aber was jetzt kommt, wussten die wenigsten. Die Geburtsstunde, die Wiege der Chemotherapie ist der erste Weltkrieg. Noch genauer das Senfgas. Eingesetzt, um Menschen zu töten. Die Chemotherapie, die Senfgasderivate, unterscheiden sich von der chemischen Waffe nur durch ein einziges Atom. Das Schwefelatom wurde durch ein Stickstoffatom ersetzt. Die Ärzte, das Gesundheitspersonal, was mit diesen hochgiftigen Substanzen umgeht, trägt zwei Zentimeter dicke Handschuhe. Zwei Zentimeter, da müssen Sie zehn Handschuhe aus ihrer Küche übereinander ziehen. Wenn Sie das nicht tun und mit diesen Substanzen hantieren, passiert das hier. Eine verbrannte, verätzte Hand durch Chemotherapie. Doch Handschuhe ist nicht das einzige. Sie brauchen einen Schutzmantel. Sie brauchen Schutzschuhe. Sie brauchen eine Maske. Und natürlich alles, was mit diesen Giften in Kontakt kommt, muss als Sondermüll entsorgt werden. Die Chemotherapeutika sind so giftig, dass man sie nicht auf normalem Wege in die Venen infundieren kann, weil diese Venen würden verätzt werden. Die Dauerbehandlung mit diesen Substanzen erfordert einen Spezialkatheter, dessen Spitze direkt vor das Herz geschoben wird, wo der Venendurchmesser recht groß ist und die Kathederspitze nicht mehr die Wände berührt und das Gift sozusagen direkt in die Herzkammer läuft. Ein sogenannter Heckmann-Katheter. Man muss es also sofort verdünnen, dieses Gift im Körper. Ich sage, man gibt Krebspatienten Chemikalien, die zur Massenvernichtung, also zum Töten entwickelt wurden und erwartet etwas anderes als den Tod. Damit nicht genug. Die Chemogifte töten rasch. Schnelle Vergiftung des Körpers. Nun hat man sich überlegt, dass es auch andere Wege geben kann, um dieselben Ziele zu erreichen. Also langfristige Schädigung des Körpers durch Substanzen, die man als Krebstherapeutika ihnen als Krebspatient empfiehlt. Diese zweite große Gruppe sind die sogenannten Anti-Metabolite. Das Ersetzen von Bausteinen im Erbgut der DNS jeder Zelle. Sie blockieren die Vermehrung aller Körperzellen, weil die DNA oder die DNS nicht mehr richtig funktioniert und es kommt zu einer langsamen Schädigung des Körpers. Das Prinzip ist in beiden Fällen dasselbe. Wahllos werden gesunde und kranke Zellen geschädigt. Deswegen der Zeitenwechsel. Wir sagen, das Zeitalter der Zellvergiftung, egal ob das Bestrahlung ist, ob das Chemotherapie ist, ob das die Anti-Metaboliten sind, wird ersetzt werden durch das Zeitalter der Zellregulation. Ein klares Verständnis der Menschheit über die Ausbreitung von Krebszellen und die Möglichkeit, diesen Prozess zu blockieren. Dazu nun einige Ausführungen. 1992 habe ich zum ersten Mal auf eine Seite aufgekraxelt. Wenn dieses neue Verständnis stimmt, wenn wir das beweisen können, dann wird es eines Tages keinen Krebs mehr geben. Das ist jetzt 19 Jahre her. Vor neun Jahren, 2002 im März, wir hatten inzwischen unser Forschungsinstitut eingerichtet und hatten als ersten Forschungsschwerpunkt die Krebsforschung ausgewählt. Wir hatten innerhalb von zwei Jahren die Schlüsselexperimente bestätigt und fanden, dass die Ergebnisse so wichtig waren, dass wir in die größte Zeitung der Welt gingen. Wir wollten nicht, dass dieses Wissen irgendwo verschimmelt in irgendwelchen medizinischen Fachzeitschriften. Daher USA Today. Am 8. März 2002 erschien dort auf einer ganzen Seite folgende Information. Kernsatz, unsere Forschung hat gezeigt, dass Vitamin C, Lysin, Prolin und spezielle Extrakte des grünen Tees die Ausbreitung von Krebszellen hemmen können. Es hat zwei Monate gedauert, dann erschien eine erste Antwort in einer der größten Zeitungen der US-Westküste, dem San Francisco Chronicle. Die Zeitung beschrieb den Mechanismus, wie sich Krebszellen ausbreiten, der die Grundlage unserer Entdeckung ist, als den sogenannten heiligen Gral der Medizin. Wer die Antwort darauf findet, so die Zeitung, hat den heiligen Gral der Medizin gefunden. Den präsentieren wir Ihnen heute. Sieben Jahre später die erste klinische Bestätigung von einer etablierten Forschungsinstitution der Mayo Klinik in den USA. Vielleicht haben Sie es gelesen im Fokus oder in anderen Zeitungen im Mai 2009, grüner T bekämpft Leukämie. Was steckte hinter dieser Schlagzeile? Eine Studie an Patienten, die an der häufigsten Leukämieform der westlichen Welt litten, der chronisch- lymphatischen Leukämie. Die untersuchte Substanz war ein Bestandteil des grünen Tees, EG-CG, der Bestandteil all unserer Forschungsarbeiten war. Ergebnis dieser klinischen Untersuchung an Leukämie war, bei einem Drittel der Leukämiepatienten wurde die Zahl der krankhaft vermehrten Lymphozyten um über 20 Prozent gesenkt. Dauerhaft. Bei fast allen Patienten kam es zu einer Abnahme der Lymphknotenschwellungen um mehr als 50 Prozent. Dauerhaft und ohne die Nebenwirkungen der Chemotherapie. In der Zwischenzeit werden an über 100 medizinischen Universitäten und Zentren klinische Studien mit Einsatz von Mikronährstoffen bei Krebspatienten durchgeführt. Also eine Signalfunktion, die davon ausging. Das Bild können Sie nicht lesen. Es sei denn, Sie bestellen die DVD, gibt es natürlich kostenlos. Was zeigt das Bild? Es ist eine Seite aus einem Artikel, der erschien im Journal of Clinical Oncology 2009, der das Register der US-Behörden zeigt, wie viele klinische Studien mit Mikronährstoffen bei Krebspatienten derzeit offiziell durchgeführt werden. Jede Zeile, die Sie hier sehen, ist eine andere Studie an einer großen Forschungseinrichtung der USA und einigen anderen Ländern. Das ist eine Seite, das ist die zweite Seite und es gibt auch noch eine dritte Seite, die habe ich mir erspart. Wenn hier ein Journalist ist, bevor ihr morgen wieder etwas über die Schädlichkeit von Vitaminen und Mikronährstoffen schreibt, denkt lieber nochmal nach. Das kann sich ganz schnell ändern. Wenn diese Studien fertig sind, dann wird die Welt anders aussehen. Und ihr müsst euch entscheiden, auf welcher Seite des Zauns ihr steht. Jetzt. Ganz in der Nähe von hier in Halle, 23. September 2011, Ankündigung, die größte Studie mit grünem Tee bei Darmkrebs. 3.000 Patienten werden eingeschlossen. Also nicht nur in den USA fängt diese Welle jetzt an, dass die etablierte Medizin das Wissen, wofür wir 20 Jahre gekämpft haben, anerkennt und selbst verifiziert. Nun zu den wissenschaftlichen Fakten ein Durchbruch, den jeder verstehen kann. Wenn wir verstehen wollen, wie sich Krebs ausbreitet, dann müssen wir zunächst mal verstehen, wie sich Zellen in unserem Körper ausbreiten, wie sie wandern. Nicht nur Krebszellen, sondern auch normale Zellen. Das tun sie, indem die Zellen kleine Enzyme produzieren. Ich habe sie hier als Pac-Man dargestellt. In Wirklichkeit sind es natürlich Eiweiße, die die fantastische Fähigkeit haben, als Scheren zu fungieren, um das umgebende Bindegewebe, die Kollagenstränge zu durchtrennen. Wenn das geschehen ist, wenn also die Kollagenstränge durchtrennt sind, dann kann die Zelle durch das Gewebe, durch das Bindegewebe wandern. Und weil unter normalen Umständen die Produktion dieser Schere nur ganz kurz erfolgt, verschließt sich natürlich danach das Kollagen wieder, weil sonst würden ja Wunden entstehen. Also unter normalen Bedingungen ist dieser Prozess exakt kontrolliert. Wir gehen darauf gleich noch ein. Hier eines dieser Eiweiße, die wir untersucht haben und die im Zentrum unserer Arbeiten standen und stehen kollagenverdauernde Enzyme. Hier einige Beispiele, wie diese Enzyme bereits unter normalen physiologischen Bedingungen in unserem Körper arbeiten. Zum einen der Eisprung, zum anderen der Gewebeumbau, zum Beispiel für die Reproduktion, Beispiel Stillzeit, Wachstum und schließlich auch die Wanderung von weißen Blutkörbchen, zum Beispiel bei der Abwehr. Erstes Beispiel, Eissprung. In der Mitte des weiblichen Zyklus vollzieht sich ein hochinteressanter Mechanismus in unserem Körper oder im Körper der Frau. Eine Zelle wandert aus einem Organ, dem Eierstock, in ein anderes Organ, den Eileiter. Und nur eine Zelle. Wie funktioniert das? Es funktioniert so. Mit Hilfe der kollagenverdauernden Enzyme schneiden, diese Enzyme schneiden ein kleines Loch in die Wand des Eierstocks und erlauben es, der Eizelle auszutreten und in den Eileiter zu gelangen. Hier sehen Sie das unter dem Mikroskop, eine Eizelle. Da drumherum sind die Granulosa Zellen, die diese kollagenverdauernden Enzyme produzieren und es ermöglichen, dass die Eizelle wandert im Körper. Danach, der Beginn dieser Aktion wird getriggert durch den Hormonanstieg in der Mitte des Zyklus. Das wissen viele von Ihnen, ein rascher Anstieg und ein sofortiger Abfall. Dieser rasche Anstieg ist der Stimulus für diese kollagenverdauernden Enzyme. Der rasche Abfall lässt Sie wieder erlahmen. Also genau getimt, damit keine überschießende Reaktion, kein überschießender Gewebeabbau stattfindet. So, und genau deswegen fragen wir uns, was passiert denn eigentlich dann, wenn dieser Prozess entartet, wenn er nicht mehr gestoppt werden kann? Dann sieht das so aus. Und dann entsteht Eierstockkrebs. Weil die Verdauung des umgebenden Bindegewebes nicht mehr aufhört. Weil diese kollagenverdauernden Enzyme, diese biologischen Scheren, ständig und fortlaufend das Kollagen, das Bindegewebe durchtrennen und damit natürlich eine Situation schaffen, ein Paradies für Krebs. Eine Voraussetzung für diese Krankheit. Zweites Beispiel. Die Vorbereitung der weiblichen Brust auf die Stillzeit. Hier sehen Sie ein Gewebeschnitt und einen Milchkanal unter Nicht-Stillbedingungen. Also eine, wenn man so sagt, normale Brust. Der Milchkanal ist verschlossen. Darum herum sehen Sie Bindegewebe sehr glas strukturiert. Das ist alles Kollagen, Elastinfasern hier. Ganz anders in der Stillzeit hier sehen Sie einen offenen Milchkanal und Sie sehen auch, dass das ganze Gewebe sehr viel lockerer geworden ist. Wie passiert das? Es ist ein faszinierender Mechanismus, der erfordert die völlige Umgestaltung auf Gewebeebene, den Abbau dieser Kollagenstrukturen des Bindegewebes und den Neuaufbau der weiblichen Brust für eine völlig andere Funktion. Wie passiert das? Wie geschieht so was? Das ist so, wie wenn Sie ein Haus einreißen, um ein neues bauen zu können. So etwa muss man sich das auf biologischer Ebene vorstellen. Auch das, auch dieser Prozess wird durch diese kollagenverdauenden Enzyme geregelt. Sie sind es, die zunächst mal diese Kollagenstrukturen einreißen, abbauen. Was passiert, wenn dieser Scherenmechanismus nun nicht mehr gestoppt werden kann, wenn diese Zellen entarten? Nun, Sie ahnen es schon, dann entsteht Brustkrebs. Brustkrebs. Ein fortgesetztes Verdauen von Gewebe durch die entarteten Zellen. Knochenkrebs. Warum entsteht Knochenkrebs bei jungen Menschen oder Jugendlichen insbesondere? Nun, auch diese Frage kann jetzt logisch und klar beantwortet werden. Das Knochenwachstum vollzieht sich nicht über den ganzen Knochen, sondern es gibt eine bestimmte Fuge in der Nähe der Gelenke, die nennt sich die Epiphysenfuge, wo dieses Wachstum besonders rasch stattfindet. Und dieser Wachstumsprozess wird mit Hilfe von diesen Kollagenverdauenden Enzymen ermöglicht. Wenn die entarten diese Zellen, dann entsteht genau an diesen Positionen Knochenkrebs oder Osteosarkom. Letztes Beispiel, die Wanderung von Leukozyten, von weißen Blutkörbchen. Wir haben hier ein Modell einer Lungenentzündung, einer Pneumonie, hier die Bakterien. Hier ist ein Blutgefäß in der Lunge, eine Kapillare und die weißen Blutkörbchen müssen nun, um diese Bakterien hier in Schach zu halten, vom Innern des Blutgefäßes ins Gewebe dringen. Wie machen Sie das? Wie dringen diese weißen Blutkörbchen durch die Blutgefäßwand ins Gewebe aus? Na, Sie ahnen es schon, mit Hilfe dieser Kollagenverdauenden Enzyme. Bringen Sie nicht nur aus, sondern wandern auch durchs Gewebe, bis Sie diesen Infektionsherd erreichen. Wir haben Ihnen hier mal drei mikroskopische Bilder mitgebracht. Eine Leihgabe von Dr. Lösch, der diese Untersuchung gemacht hat. Hier oben, das weiße, ist die Blutbahn. Das ist die Blutgefäßwand, hier diese Struktur, hier unten. Und hier sehen Sie diese runde Figur hier. Das ist ein weißes Blutkörbchen. Es lagert sich hier gerade an der Wand an. Und hier sehen Sie, wie dieses weiße Blutkörbchen seine Wanderung in die Arterienwand oder in das Kapillargefäß, in die Wand des Kapillargefäßes begonnen hat. Und hier sehen Sie, ist es bereits umschlungen von dem Gewebe der Blutgefäßwand. Faszinierend. Man sieht, dass die Bewegung dieser Zelle tatsächlich wie in einer Zeitraffer-Kamera in dieser Abbildung. So. Was passiert, wenn die Leukozyten nun entarten und die Scherenfunktion nicht mehr aufhört? Blutkrebs. Genau. Das ist eine Leukämiezelle, bzw. Leukozyt, der entartet ist und produziert ununterbrochen diese kollagenverdauernden Enzyme. Hier sehen Sie einen Schnitt durch die Leber eines Patienten, der verstarb an Leukämie. Das hellrote sind Leberzellen, diese dunkelblauen Punkte sind Leukozyten. Die gehören da gar nicht hin. Und die Menschen, die an Leukämie versterben, die versterben ja in der Regel nicht daran, dass die hohe Zahl an weißen Blutkörperchen die Blutgefäße verstopft. Die sterben daran, dass diese Leukozyten, die entarteten Leukozyten in die Gewebe eindringen. Vor allem in die Gewebe der Filterorgane Leber oder Milz. Und die von innen raus buchstäblich verdauen. Also genau das, was Sie hier sehen. Das passiert bei Leukämie. Und jetzt verstehen wir endlich auch, warum bestimmte Organe sehr viel häufiger von Krebs befallen sind als alle anderen. So logisch kann Medizin sein. Wir verstehen, warum Brustkrebs, Eierstock, Gebärmutter, Cervix, Hoden, Prostatakrebs häufig ist, weil es Reproduktionsorgane sind, wo dieser Mechanismus schon unter normalen physiologischen Bedingungen stattfindet. Knochen, Blut und die Filterorgane als primäre Orte der Metastasierung, Lunge und Leber. Schauen wir uns nun mal die einzelnen Etappen der Krebserkrankung an, damit das auch klar ist. Hier ein Beispiel, ein Lebertumor. Hier unter der Lupe vergrößert die einzelnen Krebszellen. Und nun passiert Folgendes. Und zunächst sind diese Krebszellen ja noch verhaftet als Tumor, aneinandergehaftet. Bevor da eine Zelle wandern kann, muss sie sich erst mal aus dem Gewebeverband lösen. Das tut sie mit Hilfe von biologischen Scheren. Wenn diese einzelne Zelle nun wandern möchte, um sich zu metastasieren oder um zu metastasieren, um Tochtergeschwülste zu bilden, dann muss sie zunächst mal einen Weg suchen, wie sie in das nächste Kapillargefäß, Blutgefäß kommt. Aha, die Antwort ist hier. Sie tut das mit Hilfe kollagenverdauernder Enzyme, die sie dauernd produziert. Lässt sich mit dem Blutstrom mitschwimmen und bleibt natürlich im nächsten Filterorgan, zum Beispiel hier der Lunge, stecken. Produziert aber immer noch diese kollagenverdauernden Enzyme. Und was passiert dann? Nun, Sie haben es vorhin gesehen, die Krebszelle oder die Zelle wandert dann von innen nach außen und gelangt so schließlich in das Lungengewebe, wo dann eine Metastase, eine Tochtergeschwülste sich bildet. Hier ein letztes Beispiel zum Thema Metastasierung. Die Leber, hier die blauen Strukturen, das sind die Leberzellen, diese braune Struktur in der Mitte, dieses Knäuel an Zellen, das sind Brustkrebszellen, die dorthin in die Leber metastasiert sind. Also Zellen von einem Organ der Brust finden sich plötzlich in einem anderen Organ an der Leber wieder. Das ist nur mit Hilfe dieser Scherenenzyme möglich. Nun, die Frage natürlich, wie kann man diese Scherenenzyme blockieren? Die wichtigste natürliche Substanz dazu ist die Aminosäure Lysin. Was macht das Lysin? Es blockiert diese Enzyme, es, wenn man so will, etwas umgangssprachlich ausgedrückt ist, stopft in den Mund. Wir können also nicht mehr das Kollagen verdauen oder nicht mehr so viel oder rasch. Es ist in Wirklichkeit etwas komplizierter. Ich will das hier andeuten, es gibt nicht nur die externen Blocker für diesen Prozess, sondern auch körpereigene Blocker, die diese Gewebeverdauung blockieren können. Unter normalen Bedingungen, hier Gesundheit, ist das in Balance. Die Gewebeverdauung durch die Kollagenverdauung und Enzyme und die Blocker. Nun, vorübergehend kann es sein, dass die Imbalance entsteht, zum Beispiel bei der Wanderung eines weißen Blutkörperchens und dann weiß der Körper, aha, um die Balance wieder herzustellen, muss ich ganz rasch die körpereigenen Blocker hoch regulieren und damit dieses Gleichgewicht wieder entsteht. Bei der Krankheit, bei einer chronischen Krankheit wie Krebs, ist das nicht möglich. Da übersteigt die Zahl der abbauenden Mechanismen, die Zahl der Blocker erheblich und dauerhaft, sodass die körpereigene Produktion dieser Blocker erlahmt. Und deswegen müssen wir sie von außen zuführen. Haben Sie das verstanden? Um diese Balance wiederherzustellen. Also im Grunde ist es eine ständige Balance zwischen Verdauung durch Krebszellen und der Blockade dieses Mechanismus, um die Stabilität des Bindegewebes zu erhalten bzw. wiederherzustellen. Und genau darum geht es bei der Kombination von Lysin und Vitamin C. Lysin blockiert den Abbau und Vitamin C ist in der Lage, die Kollagenproduktion im Körper zu stimulieren. Das wissen Sie von der C-Fahrerkrankheit Scorbut. Vitamin C stimuliert die Produktion der Kollagenfasern und des Bindegewebes insgesamt. Und wir haben damit die Möglichkeit, die faszinierende Möglichkeit, auf natürliche Weise einen Prozess zu stimulieren, der von hoher Bedeutung ist in der Krebstherapie, nämlich die Einkapselung des Tumors. ihn sozusagen festzusetzen, damit er nicht metastasieren kann. Und die Kombination von Lysin und Vitamin C ist dafür entscheidend. Theorie? Nein. Hier ein Beispiel unserer Forschungsarbeiten, wo wir wissen wollten, kann ein einziger Faktor, das Vitamin C, einen Einfluss darauf haben, ob sich Krebs ausbreitet oder nicht. Wir haben folgendes Modell angestellt. Wir haben Mäusen, die normalerweise in der Lage sind, Vitamin C zu produzieren, diese Fähigkeit abtrainiert. Also durch eine genetische Manipulation haben wir ihnen genau den Stoffwechseldefekt beigebracht, der alle Menschen vereint. Die Unfähigkeit, Vitamin C selbst zu produzieren. Dann haben wir diesen Tieren Krebszellen eingeimpft. Wir haben diese Experimente alle durch unsere Ethikkommission gegeben, damit wir wirklich nur die wichtigsten Experimente als Tierexperimente vollzogen müssen, die man wirklich nicht anders prüfen kann als in diesen Experimenten. Nachdem die Krebszellen in den Mäusen waren, haben wir einer Gruppe dieser Mäuse kein Vitamin C gegeben in der Nahrung. Sie haben es also weder produziert, noch haben sie es in der Nahrung bekommen. Und in anderen Mäusen haben wir Vitamin C in der Nahrung gegeben. Sie haben also kein eigenes produziert, haben es aber hoch dosiert bekommen, so ähnlich wie man ihnen das empfiehlt von Seiten der Zellularmedizin. Das Ergebnis ist erstaunlich. Auf der linken Seite sehen Sie den Tumor und die Randbereiche des Tumors von den Tieren, die keinen Vitamin C bekommen haben. Sie sehen, der Tumor ist nicht begrenzt, ist offen. Die Krebszellen sind so lose, dass sie geradezu auf dem Sprung sind, zum Metastasieren. Man kann das regelrecht sehen. Rechts im Bild sehen Sie die Tiere, die genügend Vitamin C bekommen haben. Hier das Dunkle ist der Tumor und dieser Randbereich, dieses breite rote Band hier, das sind die neu entstandenen Kollagenstrukturen, die diesen Tumor einkapseln. Eindrucksvoll, nicht? Man kann förmlich sehen, dass aus diesem Tumor keine Metastase sich entwickeln kann. Das nennt man einen benignen, einen eingekapselten, einen lokalen Tumor. Auch dieses Bild sei denjenigen gewidmet, die hier sind, um weiterhin diese Forschung zu diskreditieren. Also, nach jeder Informationsveranstaltung gibt es einen kleinen Test. Auch den machen wir hier. Antwort bitte mit ja oder nein. Erste Frage. Alle Krebszellarten breiten sich mit Hilfe biologischer Scherenenzyme aus. Ja oder nein? Ja. Krebs ist zu aggressiv, weil er sich körpereigene Mechanismen zunutze macht und unsere Abwehr überlistet. Ja oder nein? Drittens. Die Blockade der Scherenenzyme ist mit Chemotherapie möglich. Richtig. Alles richtig übrigens. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben soeben vier Semester Medizin gespart. Mehr noch, Sie haben in 30 Minuten eine Krankheit verstanden, die bis heute jedes Jahr 7 Millionen Menschen Leben fordert und jedes vierte Leben hier in Berlin. Die nächsten 20 Minuten wird die Frau Dr. Nezwicki gestalten, eine, ich möchte es so sagen, kampfgefährdigen von 20 Jahren, die heute Abend hier ist, um Ihnen als Leiterin unseres Forschungslabors die Experimente zu erklären, die wir über das, was Sie gerade an Grundsätzlichem gehört haben, hinaus inzwischen gemacht haben, die alle Bereiche der Krebsausbreitung umfassen. Ich bitte Sie dazu, die Kopfhörer aufzusetzen, weil der Vortrag in Englisch sein wird und auf Kanal 1 zu schalten. Viel Freude beim Vortrag von Alexandra. So, haben Sie noch Valenzen? Können wir noch 35 Minuten über die Dinge sprechen, die einfach auch gesagt werden müssen, wenn wir über den Wandel sprechen? Ich habe keine Reaktion gehört. Ja, ja. Also, dann machen wir das. Berlin ist eine besondere Stadt. Das werden Sie im Laufe dieser 35 Minuten mehrfach verstehen. Und dieser Teil, dieser letzte Teil des heutigen Abends hier in Berlin hat eine ganz besondere Bedeutung für mich und hoffentlich später auch für Sie. Unser Planet. Wir, die Menschen. Die Nahrung. Die Inhaltsstoffe dieser Nahrung. All das hat jahrtausendelang funktioniert. Auch ohne, dass die Leute wussten, dass es Vitamine gibt. Haben Sie sie genutzt, um Ihren Körper gesund zu erhalten, um zu leben. Dann hat sich Homo Sapiens zu einem Punkt entwickelt, wo er wissen wollte, wie es genau aussieht. Er wollte wissen, wie die Natur zusammengesetzt ist. Er wollte wissen, welche Bestandteile darin sind, wie sie aussehen und wie man sie nachbauen kann. Die Weide zeigte den Bestandteil der Salicylsäure. Schmerzen konnten gelindert werden. Man wollte wissen, wie sieht das denn aus, dieser Baustein der Weide. Man fand dieses Molekül. Aber das war nicht genug. Man wollte mehr. Man wollte nicht nur nachbauen, sondern man wollte besitzen. Man modifizierte dieses Molekül und machte die Acetylsalicylsäure draus oder besser bekannt als Aspirin. Und eignet es einem Konzern an, dem Bayer-Konzern. Dieses Buch ist der Jahrgang 1897, also jetzt vor etwa 112 Jahren, 114 Jahren, der Jahresbericht über die Fortschritte der Chemie in Deutschland. Jede Zeile dieses Buches hier ist eine Natursubstanz, entrissen der Natur. Doch nicht nur im Jahr 1897 waren diese Zeilen jede beschreibend für ein anderes Molekül, sondern von 1863 bis in die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts. Jedes Jahr ein Zauberbuch beinhaltete die neu entdeckten Substanzen. Eine große Magie war da nicht dahinter, denn es waren immer dieselben Bestandteile. Ich nenne es deswegen das Lego-Prinzip. Sauerstoff, Wasserstoff, Kohlenstoff, manchmal ein Schwebelmolekülchen dazwischen. Aber wie gesagt, das Entreißen der Natur, das Kopieren dieser Substanzen war nur der Anfang. Man brauchte ein Instrument, um diese neu entrissenen Strukturen zu besitzen. Dieses juristische Instrument war das Patent. Und so wurde 1877 in dieser Stadt in Berlin das deutsche Patentgesetz zur juristischen Grundlage der Welteroberungspläne des deutschen Pharmakartells. 1877, eines der ersten Patente, gehörte dann auch, Sie sehen es hier, der badischen Andelin- und Soda-Fabrik, besser bekannt als BASF. Was meine ich mit Welteroberung? Nun, Sie müssen sich das vorstellen. Da sind eine Gruppe von Leuten, die haben unter sich ein Heer von Wissenschaftlern, die drangegangen sind, die Natur zu erobern. Und diese Gruppe von Leuten, um BASF, Bayer, Höchst, bei denen fließt dieses Wissen und das ökonomische Potenzial dieses Wissens zusammen. Also, kopieren der Natur, aneignen der Natur durch die Patente. Und da kommt man auf die Idee, wieso nur in Deutschland? Die Menschen auf der ganzen Welt sollten von unserem Wissen profitieren, aber nur, wenn wir daran verdienen. Und um dies zu erreichen, musste man eins tun. Das Wissen hatte man. Man musste das Patentgesetz ausdehnen auf andere Länder, auf die Welt. Notfalls mit militärischen Mitteln. Man suchte und fand. Er hier, Karl Dösberg, schrieb schon im Jahr 1904 in einer Denkschrift, dass die deutsche chemische Industrie das Recht hat, die Welt zu besitzen. Man suchte nur noch nach den Handlangern, die ihm dabei halfen. Man fand die Handlanger hier in dieser Stadt, in Berlin. Wilhelm II. Und schickte ihn auf den Weg, nicht alleine. Man gab ihm die Mittel an die Hand. Zum Beispiel dieses hier. 1910 ein BASF-Patent, was aus Luft, 70 Prozent der Luft besteht aus Stickstoff, Bomben produzierte. Wenn man den Stickstoff der Luft fixiert, steht daraus Ammoniak, die Grundlage für TNT. Also vier Jahre vor dem Ersten Weltkrieg hatten die Jungs raus, wie man aus der Luft Bomben produziert. Fantastisch. Ein Lego-Baustein, das Stickstoffmolekül. Hoher Druck, hohe Temperatur. Da kommt man doch auf die Idee, dieses Wissen anzuwenden. Und genau das war der Anfang des Ersten Weltkrieges. Bayer, die andere Firma, trug ihren Beitrag ebenfalls dazu bei. Die Erfindung des ersten Kampfstoffes chemischer Art, Senfgas, Lost hieß es auch, für Lommel und Steinfeld. Die beiden Erfinder. Und dann fing das Geldmachen an. Das war wie Geld drucken. Man verkaufte diese Waffen und verdiente hunderte Millionen an den eigenen Welteroberungsplänen. Ein fantastisches Marketingmodell. Verkauft hat man sie natürlich hier an die damalige Regierung. 1918, nachdem 20 Millionen Menschen diesen ersten Versuch der Welteroberung durch das Chemie-Pharmakartell mit dem Leben bezahlt hatten, wurde der Kaiser in die Wüste geschickt. Die Drahtzieher interessierte das wenig. Schon acht Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs ging man den nächsten Schritt. Man gründete die IG Farben, ein Kartell aus Bayer, BASF und Höchst. Firmenwert damals 11 Milliarden Reichsmark, über 80.000 Angestellte. Die größte Chemie- und Pharmakonzentration auf diesem Planeten. Und das Direktorium nannte sich selbstbewusst der Rat der Götter. Ja, wie denn auch anders. Man besaß die Natur, man hatte sie nachgebaut. Man hatte sie verstanden, nachgebaut und jetzt ging es darum, sie zu besitzen. Da fühlt man sich wie die Götter. Man fand auch gleich den nächsten Verein, der einem dabei helfen sollte, diese Pläne doch noch durchzusetzen. Auch dies hier in Berlin. Das Gebäude hier ist das Hauptgebäude in Frankfurt. Aber die politische, militärische Planung dieses zweiten Welteroberungsfeldzugs des IG Farben Kartells, oder des chemisch-pharmazeutischen Kartells, wurde von hier aus geplant, von dieser Stadt aus. Über 40 Millionen Reichsmark flossen von der IG Farben in die Wahlkämpfe der Nazis. Keine andere Firma sponserte sie mehr. Und dann das hier. Am 23. Januar, man hatte Österreich annektiert, man war in der Tschechei eingefallen, beziehungsweise hatte die Randbereiche annektiert. Hielt der Juristische Chefplaner in Rostock eine Rede, die Eroberungsrede, in der er genau vorgab, welche Gesetze, welche Verwaltungsakte in den okkupierten Ländern angewandert werden müssten. Sein Name, Walter Hallstein. Wirtschaftsrecht, Sozialgesetzhebung, Patentrecht, administrative Verordnung und natürlich das Gesetz über Blut und Ehre würden in allen Bereichen des neuen Großdeutschen Reiches, also sprich Deutschland und die eroberten Gebiete, eingeführt. 23. Januar 1939, das war sechs, sieben Monate vor Beginn des Zweiten Weltkriegs. Die hatten also die Frechheit, ihre Pläne ganz offen anzukünden. Wer diese Rede nachlesen will, kann dies tun in diesem Buch, Die Nazi-Wurzeln der Brüsseler EU, Kapitel 2, ist sie original wiedergegeben. Der Zweite Weltkrieg war dann, und ich sage das bewusst, eine sechs Jahre lange militärische Marketingkampagne mit dem Ziel, den Chemie- und Pharma-Weltmarkt für die IG Farben zu erobern. Damals wie heute wurde Profit über Leben gestellt. Mit 24 Quadratkilometern war die IG Auschwitz der größte Industriekomplex in jener Zeit und zu 100 Prozent Tochter von Bayer, BASF, Höchst- und anderen IG Farben-Firmen. Das KZ Auschwitz wurde zum Massenlager für IG Farben-Sklavenarbeit ausgebaut und zum Massenvernichtungslager. Mehr Informationen dazu finden Sie auf der Webseite profit-over-life.org. Da haben wir über 40.000 Seiten aus dem Nürnberger Tribunal ausgegraben. Nicht irgendein Tribunal, sondern das Tribunal gegen das Chemie- und Pharmakartell damals. In der Folge werde ich Ihnen einige Dokumente davon zeigen. Ausgegraben in den National Archives der USA. 70 Jahre lang nirgendwo dokumentiert, im Internet nicht zu finden. Jetzt sind Sie dort. Man sagte Ihnen, das waren ja acht so schreckliche Schergen, diese SS-Leute, die diese Menschenexperimente machten. Perverslinge. Das war nur die halbe Wahrheit. Die andere Hälfte war, dass viele dieser Perverslinge auf den Gehaltslisten von Bayer und Höchst standen. Tatsache ist, dass die Medikamente, die dort getestet wurden, oder die chemischen Substanzen an diesen unschuldigen Menschen in den KZs, den Aufdruck trugen, Bayer, IG Farben, Aktiengesellschaft. Die Präparate hatten keinen Namen, sondern waren kodiert, weil es waren patentgeschützte Präparate. Ein Bild aus den offiziellen Dokumenten des Nürnberger Tribunals gegen diese Verbrechen. Die Eigentümer dieser Substanzen waren nicht irgendwer. Die Patentschrift gehörte IG Farben, Aktiengesellschaft. Die Substanzen, die dort getestet wurden, Sie erinnern sich an das Lego-Prinzip, diesmal zwei Stickstoffmoleküle verbunden. Man hatte eine sogenannte Azo-Compound, die Chemotherapie. Bayer ließ schon 1936 keinen Zweifel, was sie mit ihren Pharmaprodukten und mit der Pharmabranche vorhatten, die ganze Welt zu beglücken. Auch dies ist ein Bild aus den Unterlagen des Nürnberger Tribunals. Man definierte den Generalplan Ost. Deutschland, diese Stadt, sollte die Zentrale der ökonomischen und politischen Macht auf diesem Planeten werden. Osteuropa und der Rest der Welt wurden als willfährige Konsumenten und Sklavenarbeiter definiert. Ein weiteres Dokument aus dem Nürnberger Prozess. Man hatte gerade Paris erobert. Man war an der Spitze des Erfolgsrausches. Da schrieb die IG Farben einen Brief an die Naziregierung mit dem Titel Die Stellung des deutschen Reichspatents in einem europäischen, unter deutscher Führung stehenden Wirtschaftsraum. Gemeinsame Währung, gemeinsames Patentrecht, gemeinsame Patentgerichtsbarkeit und so weiter und so fort. Das schlag ihnen am meisten am Herzen. Kontrolle der Welt über Patente. Auch dieses Experiment ging schief. Zweite Welteroberung nicht möglich, militärisch. Hier der US-Chefankläger Telford Taylor in Nürnberg ohne die IG Farben wäre der Zweite Weltkrieg nicht möglich gewesen. Hier die Zahlen dazu, auch das in Nürnberg. Die Abhängigkeit der Nazi-Wermacht von der Produktion der IG Farben 1943 synthetischer Gummi zu 100% synthetisches Öl 100% Giftdass 95% Sprengstoff 84% aller Bomben, die im Zweiten Weltkrieg benutzt wurden produziert von Bayer und BASF. Und dazwischen die Medizin. Blutzehrer 100% Medikamente 55% Nicht überraschend wurden 24 Direktoren von Bayer Höchst und BASF angeklagt in Nürnberg, im Fall 6 in Nürnberg. Er hier, Bayer-Direktor Fritz der Meer, wurde zu neun Jahren Haft verurteilt wegen Völkermord, Versklavung, Blünderung, ganze Länder und anderer Kriegsverbrechen. Wussten Sie das? Nun stellen Sie sich vor, Direktor von Bayer, dem Flaggschiff der Pharmaindustrie, die sich gerne feiern lässt als die Wohltäter der Menschheit. Angeklagt und verurteilt wegen der schlimmsten Verbrechen gegen das Menschenrecht. Nach 45 das Schicksal der Nazi-Ig-Farben-Koalition spaltete sich. Die Nazis, also die militärischen und politischen Machthaber, die Marionetten, wurden verurteilt zu langen Haftstrafen oder zum Tode. Die ökonomischen Nutznießer und Drahtzieher des Zweiten Weltkrieges wurden im Nachkriegsdeutschland schon bald wieder als Industriekapitäne re-etabliert. Die Aktien der IG Farben die Hauptkriegsbeute der Alliierten kam unter die Kontrolle der Rockefeller und Rothschild-Investmentgruppen und da internationalisierte sich sozusagen das Pharma-Chemie-Kartell. Augenzeugen sind immer noch unter uns. August Kowalczyk, Jersi Ulatowski arbeiten eng mit uns zusammen. August Kowalczyk hat, das finden Sie in den Büchern hier, diese Serie Wissenschaft als Kunst zu Beginn jedes Kapitels uns gewidmet für diese Arbeit, für diesen Kampf für eine krebsfreie Welt. Weil er sagte, ihr, unsere Stiftung, ihr tragt eine Stafette, die wir euch übergeben haben. Auch das verpflichtet uns. August Kowalczyk hat ein Hospiz in Auschwitz begründet als Dankeschön für die Menschen, die den wenigen, die überlebten, zur Flucht verhalfen, auch ihm. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen und eine Spende für dieses Hospiz-Projekt erwägen, können Sie die Informationen draußen am Stand Movement of Life bekommen. Warum zeige ich Ihnen diese Bilder? Wir werden oft gefragt, Dr. Rath, es ist doch nicht möglich, dass ein Wirtschaftszeug, eine Industrie, die Pharmaindustrie, das Leben von Millionen Menschen wissentlich aufs Spiel setzt. Das glauben wir einfach nicht. Beispiel Chemotherapie und Krebs. Unsere Antwort ist sehr nüchtern. Diese Interessen haben zwei Weltkriege mit herbeigeführt, mit insgesamt 100 Millionen Toden. Und sie werden es immer wieder tun. Die Geschichte des Pharma-Kartells vom Zweiten Weltkrieg bis heute. Die Technokraten der Nazi-Gefahrenkoalition sind wieder an der Macht. Ihn hier haben wir schon erwähnt. 1956 wurde aus dem Kriegsverbrecher Fritz Temer der Aufsichtsratsvorsitzende der Nachkriegs Bayer AG. Wenn Sie meinen, das ist schon empörend, dann schauen Sie sich mal diesen Vorgang an. Der juristische Chefplaner eines Europas unter der Nazi-Gefahrenherrschaft Walter Hallstein wird 18 Jahre, nachdem er mit Hitler in Rom war und dort das Nachkriegs-Europa mit Mussolini zusammen plante, in derselben Stadt, in Rom, zum ersten Präsidenten der neuen EU-Kommission. Zehn Jahre lang wurde er Architekt dessen, was Sie heute in Brüssel erleben. und Sie wundern sich über mangelnde Demokratie? Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, empfehle ich Ihnen dieses Buch. auch da werden Sie Dinge finden, die Sie nicht für möglich gehalten haben, die Ihnen aber vieles erklären, was Sie heute, morgen, übermorgen und in den nächsten Monaten in Tagesschau und anderen Nachrichtensendungen hören über die Interessen, die hinter Brüssel stehen. Ich habe hier ein Buch mitgebracht, 1941 geschrieben, herausgegeben vom Zentralforschungsinstitut für nationale Wirtschaftsordnung und Großraumwirtschaft in Dresden. Das Großraumkartell, Autor, der Chef dieser Institution, Arno Sölder. In diesem Buch, das Sie auch online lesen können, finden Sie die Grundstruktur der Brüsseler EU. Zentrale ist eine Kartellorganisation, die von niemandem gewählt wird. Die EU-Kommission. Und so sieht die aus, heute. Das war vor 50 Jahren. Wenn man so will, der Architekt hat das vorausgesehen und hat eine Behörde geschaffen, die fantastisch funktioniert. 27 Hanseln werden ernannt, das sind die EU-Kommissare und denen steht ein Apparat von 54.000 Karriere-Technokraten zur Verfügung. Keiner von denen ist demokratisch gewählt, die kennen Sie gar nicht. Und Sie regieren Europa. Die können Direktiven veranlassen ohne das Parlament, die für 500 Millionen Menschen verbindlich sind. Und dann sehen Sie hier unten dieses kleine Würfelchen hier mit der Zahl 736. Was ist das? Ideen? Das ist das EU-Parlament, richtig. Fällt Ihnen was auf? Auf einen EU-Parlamentarier kommen 80 Technograden, die aufpassen, dass die ja keinen Unfug machen. Europa heute. Also, ich fasse zusammen. Das Pharma- und Chemiekartell ernennt die EU-Kommission, nicht Sie. Dann gibt es eine Mauer. Und jetzt kommen Sie hier. Da sind 500 Millionen Menschen, die dürfen ab und zu mal wählen, ein Parlament. Aber das Parlament, das trifft auf diese Mauer. Weil es hat keine Rechte, es hat keinen Einfluss auf die EU-Kommission. Es kann keine Gesetze initiieren, ein Grundrecht jeder Demokratie. Man sagt Ihnen das nicht. Und die wahren Machthalber, die zeigen ihre Macht unverhohlen. Damals wie heute. 50 Prozent unseres Lebens gehört schon jetzt diesen Interessen. Beispiel. Vor zwei Wochen, vielleicht haben Sie es gesehen, in deutschen Zeitungen, Fokus, Springer, sorry, Fokus, Spiegel, Stern. Sieben Uhr dreißig, Sie wachen auf, die Floride in Ihrer Zahncreme gehören uns, dem Chemiekartell. Sieben Uhr fünfunddreißig, die Druckerschwärze in Ihrer Zeitung kommen von uns, dem Chemiekartell. Das Silizium in Ihrem Handy kommt von uns. Und so weiter. Die Verpackung in Ihrem Joghurt zum Mittagessen kommt von uns. Ihre Chemie. Sie machen gar kein Hehl daraus. Besitzen. Sie erinnern sich noch, was die juristischen Instrumente des Besitzens sind? Und so ist es hochinteressant, wenn wir Europa ansehen, die Zahl der Patente zu vergleichen pro Land. Verfolgen Sie mal diesen Stab hier nach oben. Was lesen Sie da für ein Buchstaben? Das ist Deutschland. Drei Konzerne sind an der Spitze. Auch die kennen Sie. Vor drei Tagen waren wir in Österreich. Das ist zum Beispiel hier. Wie? Wie in aller Welt sollen diese kleinen Länder ringsum überhaupt eine Chance haben? Und weil wir heute Abend über Naturtherapie, Naturheilverfahren gesprochen haben, ist dieser Fakt auch noch interessant. Einer der ersten Schritte der EU-Kommission war es, eine europäische Food Safety Agency zu installieren. Also der Name besagt angeblich eine Nahrungssicherheitsagentur. Das ist natürlich nur der Vorwand. Wichtigste Instruktion dieser Agentur ist es, Naturheilverfahren in ganz Europa zu verbieten. Zigtausende dieser Substanzen sind schon vom Markt. Alles unter dem Vorwand von Gesundheitsschutz. Man muss sie vor den ach so schlimmen Nebenwirkungen von Vitaminen schützen. Die Chemotherapie wird in keiner solchen Agentur unter die Lupe genommen. Wir kommen zur wirtschaftlichen und politischen Kontrollfunktion des Chemo-Geschäfts mit der Krebs-Epidemie. Wenn sie die Diagnose Krebs bekommen, ist es in den Köpfen der meisten Therapeuten wie ein Schalter. Krebs-Chemo. Wir wissen, dass die wichtigste Nebenwirkung von Chemotherapie was ist? Mehr Krebs. Wie kann es denn auch anders sein, wenn man den Körper vergiftet und die Zellen vergiftet im Körper, das ist die Ursache für Krebs. Eine vergiftete Zelle. Und das ist nicht das Einzige. Es entstehen eine Pyramide von neuen Krankheiten. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Immundefekte, Organschäden und und und. also das am Leben erhalten der Krebs-Epidemie erfüllt eine Funktion, eine Marketing-Funktion, die Märkte zu erweitern, die Krankheitsmärkte zu erweitern. Es erfüllt eine psychologische Funktion. Solange die Krebskrankheit unter uns weilt, ist dieser Schreckensfaktor da, Krebs, meine Güte. Und er wird jedes Jahr um die Weihnachtszeit wird er neu kultiviert mit den Sendungen, die sie da haben. Ob das die Bild-Zeitung ist, ob das Carreras ist, spendet, damit wir endlich eine Lösung für den Krebs finden. Merken Sie die Gehirnwäsche, die da stattfindet? Und so ist es auch kein Wunder, dass mit diesen Zahlen schon geplant wird. Vor zwei Wochen veröffentlichte das World Economic Forum in den USA die Zahl, dass, wenn uns nicht gelingt, diese Krankheiten in den Griff zu bekommen, wird Herz-Kreislauf- Erkrankungen, Krebs und einige andere Nicht-Infektionskrankheiten im Jahr 2030 34 Billionen Euro verschlingen. Ich will Ihnen das mal runterbrechen, 1,5 Millionen mal 1 Euro Stücke um diesen Planeten. Das ist diese Summe. Oder das Dreifache des Bruttosozialprodukts aller EU-Länder zusammengenommen. Pro Jahr. Wie in aller Welt soll das irgendjemand noch bezahlen können. Aber man sagt es Ihnen heute schon. Man bricht es nur nicht runter, so dass es verstanden wird. Aber ich tue es. Also, wenn die Volkskrankheit Krebs weitergeht, dann wird die Krankheitsspirale die sozialen Kosten in die Höhe treiben. Es wird zum Ruin ganzer Volkswirtschaften führen, tut es heute schon. Es wird internationale Wirtschaftskrisen verschärfen, tut es heute schon. Und dann werden die Jungs kommen, die Marionetten des Kartells und werden sagen, wir sind eure Retter. Wir müssen nur ein paar Gesetze einführen, die uns die Handhabe dafür gibt, euch zu retten. und schon haben wir genau das, was die Jungs vor 80 Jahren und vor 70 Jahren oder vor 65 Jahren nicht erreicht haben. Mit militärischen Mitteln. Griechenland war doch nur der Anfang. Die anderen Länder purzeln doch schon der Reihe nach. Am Wochenende, jetzt, in zwei Tagen, treffen sich die Herrschaften in Brüssel. Alle sind gespannt, was da passiert. Das Pharmakartell und seine politischen Handlanger planen eine unverholene Wirtschaftsdiktatur in Europa. Und am Wochenende ist ein entscheidendes Treffen auf diesem Weg dahin. Warum sage ich das? Als wir in Wien waren, erschien am selben Tag ein Artikel im Wiener Kurier und einer der Beteiligten oder einer, der die Informationen hatte, was da passieren soll, petzte. Der SPÖ-Politiker Kreiner. Er berichtete in der Zeitung, dass sie Durchgriffsrechte planen, Durchgriffsrechte der EU-Kommission zur nationalen Budgetgestaltung bis hin zur kommissarischen Verwaltung eines Landes durch die EU-Kommission. Und selbst er sagt, es ist undenkbar, dass demokratisch legitimierte Parlamente wie in Österreich oder wie hier in Deutschland durch eine nicht demokratisch legitimierte EU-Kommission ersetzt wird. Die Ersten verlassen dieses Schiff schon. Meine Empfehlung, beobachten Sie den bevorstehenden EU-Gipfel am kommenden Wochenende in Brüssel und natürlich die weiteren Monate unter dem Gesichtspunkt, dass die demokratischen Grundrechte, die unsere Vorfahren hier in heftigen Kämpfen erkämpft haben, das wird ihr nicht wieder weggeben unter irgendeinem Vorwand, unter irgendeinem Druck, den man organisiert hat. Und dann vergleichen Sie, wenn Sie die Eingriffsrechte sehen, die da nach Brüssel delegiert werden sollen, mit dem zweiten Kapitel dieses Buches, Wirtschaftsrecht, Sozialgesetzgebung, Patentrecht und so weiter und so fort. Das Einzige, was Sie nicht finden werden in den neuen Brüsseler Plänen, ist das Gesetz über Blut und Ehre. Das ist ein bisschen aus der Mode gekommen. Ich sage, Sie, wir alle, können einen entscheidenden Beitrag leisten, dass diese Spirale, dieser Wahnsinn, der da im Augenblick abläuft, gestoppt wird. Und dieses Buch Krebs, das Ende einer Volkskrankheit ist ein zentrales Instrument dafür. Die Argumente sind da drin. Wir haben es Ihnen so leicht gemacht, wie wir es nur irgend konnten, mit Bildern, mit einer einfachen Sprache. Ihre Nachbarn, Ihre Freunde werden es verstehen. Ein kurzer Rückblick unser Forschungslabor, der sofortige Fokus Krebs. Heute Abend haben Sie schon ein paar Beispiele gesehen. Hier sind weitere Patienten, die damals schon von unserer Forschung profitierten. Hier eine Patientin aus Berlin, ein Glioblastom im Gehirn. Hier eine Patientin aus Österreich, eine Metastase im Knie. Wir haben diese Informationen sofort genutzt und natürlich wurden sie vom Status Quo verstanden. Und Arthur Schopenhauer hat mal gesagt, neue Erkenntnisse gehen durch drei Phasen. Erst werden sie belächelt, dann werden sie heftig bekämpft vom Status Quo. Und schließlich sagen alle, wir haben noch mal kurz ein paar Bilder zeigen zu dieser zweiten Phase, zu diesem heftigen Bekämpfen. Das war die Phase der letzten zehn Jahre. Jetzt fängt diese Phase an. Das ist der Beginn. Heute Abend zum Beispiel ist ein ganz typisches Ereignis vom Beginn dieser Phase. Trotzdem ist es wichtig, einige unter Ihnen sind ja neu und haben diese Phase irgendwie als Zeugen erlebt und haben möglicherweise noch Fragen. Beispiel Dominik. Ein Bild aus der Bild-Zeitung. Ein angeblicher Riesentumor, der innerhalb von zwei Tagen entstanden sein soll. Der Krebsbeweis. Wir haben gesagt, das ist eine Einblutung, ein Riesenblutaguss, die durch eine fehlerhafte Behandlung erfolgt ist. Was ist geblieben? Nach langem Hin und Her haben die Eltern einen Prozess geführt, um die Lunge, also diesen angeblichen Tumor, mit bestatten zu dürfen, nachdem die Untersuchungen abgeschlossen wurden. Der Gutachter, Professor Reinhard Urban von der Universität Mainz, schreibt hier an die Staatsanwaltschaft als Antwort auf die Frage, wo ist denn dieses Organ? Sorry, er ist beim mehrfachen Waschen im Gully versunken. Ist nicht mehr vorhanden. Die Staatsanwaltschaft hat nachgehakt und hat eine weitere dreiste Antwort bekommen. Was wollt ihr eigentlich? Die Eltern haben juristisch versucht, Herrn Urban zu belangen. Auch das wurde abgewirkt. Die Bundesrepublik Deutschland seit seiner Gründung durch die Gründungsfeder war die erste Republik, die erste Staatswesen, was vollständig von dem Chemie- und Pharmakartell kontrolliert wurde. In allen gesellschaftlichen Bereichen. Umso erstaunlicher ist das, was wir gemeinsam mit Ihnen zusammen, mit den Mitgliedern unserer Gesundheitsallianz in den letzten 15 Jahren durchgeboxt haben. Vielen Dank dafür auch machen. Die Bild-Zeitung. Drei Tage hintereinander war ich auf der Titelseite der Bild-Zeitung. Einige erinnern sich noch. Was ist geblieben? Eine gerichtlich verfügte Anordnung der Richtigstellung. Ich werde nicht auf Einzelheiten eingehen. Es fällt Ihnen nichts mehr ein, wenn Sie das lesen. Auf der DVD können Sie das dann vergrößern und durchlesen. 19. April 2006. Die größte Ärztezeitung der Welt, British Medical Journal, vertreten in allen früheren Kolonien, den British Empire, 100 Länder, zog mit. Doktorat, ein Betrüger und so weiter und so fort. Auch hier gerichtlich verfügt eine Entschuldigung. Auch das auf der DVD 23. September 2006. Wir entschuldigen uns bei Doktorat für unsere Lügen. Erstens, zweitens, drittens und so weiter. Peter Voss, der Bursche, der den Dominik-Film Propagandafilm gedreht hat, der im öffentlich-rechtlichen Fernsehen der ARD gezeigt wurde, im Süden Deutschlands, Österreich, der Schweiz mehrfach, weil dort über den SWR die Möglichkeit war, das mehrfach auszustrahlen. Man musste seinen Hut nehmen, weil der ARD-Verwaltungsrat sein Handeln nicht nur in diesem Bereich als fragwürdig ansahen. Das ist ein Einblick in das Archiv von unseren Anmelden. Ein Teilaspekt. Über 100 Gerichtsverfahren hat die Pharma-Lobby in den letzten zehn Jahren angestrengt, damit wir heute nicht in Berlin sprechen können und ihnen dieses Wissen weitergeben kann. Natürlich nicht nur euch, sondern der ganzen Menschheit. Ziel dieser ganzen Kampagne, ich sage dazu, einem juristischen Amoklauf war es, den Durchbruch in der Krebsforschung zu verhindern, damit das Geschäft mit dieser schrecklichen Krankheit weitergehen kann. Man wollte dem Huhn, also diese Forschung, den Kopf abschlagen, also Doktorat ins Gefängnis bringen. Das war das Ziel. Deswegen eine einfache Frage an Sie, wie kann es sein, dass ich heute Abend noch zu Ihnen spreche? Warum stehe ich hier, nachdem die größte Investmentbranche der Erde, das Pharmageschäft mit der Krankheit, diesen medizinischen Durchbruch in über 100 Gerichtsverfahren torpedieren wollte? Wie kann das sein? Ich höre. Weil wir Recht haben. Genau. Und weil sich die Wahrheit nicht länger unterdrücken lässt. Und wenn hier noch einer ist, gerade auch von den Menschen, die noch nicht bei uns waren, der Zweifel hatte bisher, wem er glauben soll, dann denkt mal über diesen Zusammenhang nach. Sie können als Scharlatan zwei, drei Monate arbeiten, wenn Sie Glück haben, auch Sex. Sie können aber nicht 15 Jahre als Scharlatan existieren, nicht im Bereich der Medizin und nicht als eine Gruppe von Wissenschaftlern, die dem Status Quo einer übermächtigen Interessensgruppe ein Milliardenmarkt nach dem anderen abjagt und immer noch öffentlich aufklären kann. Das geht nicht. Da gibt es nur eine Erklärung. Das, was Sie heute Abend gehört haben, ist genau so, wie wir Sie gesagt haben. Was tun? Also, nachdem wir angekündigt haben, dass wir kommen nach Berlin oder in Deutschland überhaupt diese Vorträge machen, war natürlich Mords Hello und Alav bei unseren Freunden von der Springer Presse. Man versuchte natürlich den Status Quo sofort einzubinden und es fiel ihnen ein, dass sie ja vielleicht die Vertreter der Chemotherapie in Deutschland einladen können zu einer Telefonaktion. Und bei dieser Gelegenheit entstand dieses wunderschöne Bild. Also hier sind die Koryphäen der Chemotherapie in Deutschland versammelt unter dem Banner von Bild. Als ich das Bild sah, musste ich schmunzeln. Bei mir fiel natürlich was ganz anderes ein. Mir fiel die Frage ein, wen rufen diese Herrschaften um Hilfe? Wer kann ihnen denn jetzt noch helfen? Wir sie hier wir alle haben eine Botschaft an diese Vertreter des Status Quo. Meine Herren, die Show ist vorbei. Wir haben verstanden, wie sich Krebszellen ausbreiten. Dieses Wissen ist so logisch, dass es die Kinder in den Schulen lernen werden eines Tages. Es lässt sich nicht mehr wegradieren von diesem Planeten. Was passiert mit den Menschen, die sich weiterhin in den Interessensgruppen in Medien, Medizin und Politik, die sich weiterhin diesen Durchbruch widersetzen? Ich kann ihnen nur raten, vergessen sie es ihnen nicht, denn sie wissen, was sie tun. Wir blicken kurz zurück nach Nürnberg. Wir haben vorhin über die Industriekapitäne gesprochen, die dort verurteilt wurden, aber es wurden auch Ärzte verurteilt und Journalisten, die sich diesen Welteroberungsplänen angeschlossen haben. Einige entkamen, einer davon war Paul Schmidt, der Chefpropagandist von Rippentrop. Nach dem Zweiten Weltkrieg untergetaucht, arbeitete weiter unter verschiedenen Aliasis, unter anderem Paul Carell, PC Holm und als Berater von Axel Springer. Noch Fragen? Nicht ernsthaft. Und deswegen, weil wir gar keine Zeit haben, uns mit diesen ewig gestrigen, mit dieser Stahlhelm Fraktion lange auseinander zu setzen, müssen wir klug vorgehen. Deswegen gibt es eine Webseite, die nennt sich Nürnberger Tribunal 2. Die Vorbereitung eines Tribunals, was es mit Sicherheit geben wird, was die Verbrechen der Pharmaindustrie gegen die Menschheit, insbesondere auch mit der Krebskrankheit aufarbeiten wird und die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen wird. Wann das sein wird, das weiß ich nicht. Aber wir müssen jetzt anfangen, es vorzubereiten. Und deswegen werden sich diejenigen, die nach dem heutigen Abend hier in Berlin und sonst wo über diese Informationsveranstaltungen wieder Unsinn schreiben, dort wiederfinden. Wir haben keine Zeit, euch mit uns umzuschlagen. Aber zur Verantwortung werdet ihr gezogen werden. Die Beendigung der Krebs-Epidemie ist das nächste große Ziel, was die gesamte Menschheit vereinen wird. Nicht nur die Menschen hier im Saal und in Berlin, sondern ich bin überzeugt, wenn dieses Buch, der Inhalt dieses Buch, das Wissen darüber, wie einfach das, wie logisch das ist, wenn sich das verbreitet, wird es keine Schleuse mehr geben, die nicht bricht. Und wir werden uns wiederfinden in einer Tradition von großen Erkenntnissen. James Lind fand, dass man mit Limonensaft den Skorbut verhindern kann. Es hat 40 Jahre gedauert, bis diese Entdeckung der britischen Admiralität recht war als Empfehlung. In dieser Zeit starben zigtausende Seeleute an Skorbut. Wenn sie damals am Leben gewesen wären oder in der Zeit gelebt hätten, was hätten sie getan? Hätten sie nicht auch mitgeholfen, dass sich dieses Wissen schneller verbreitet? Er hier, Ignaz Semmelweis, er hat entdeckt, dass Händewaschen hilft, das Kindbettfieber zu vermindern, auf einen Bruchteil der damaligen Todesfälle in den Kreisseelen zurückzuführen. Das medizinische Establishment in Wien hat ihn so verfolgt, dass er im Irrenhaus starb. Wenn sie damals helfen hätten können, hätten sie es nicht gemacht. Louis Pasteur wurde 25 Jahre lang verfemt, weil man sagte, du bist ja nur ein Chemiker und kein Arzt. Was hätten sie gemacht, wenn sie helfen hätten können? Jetzt können sie. Jedes Jahr fast die ganze Einwohnerzahl der Schweiz, jedes Jahr vier Städte in Deutschland. Das sind die Zahlen, um die es hier geht. Wir erleben einen historischen Augenblick. Zum ersten Mal in der Geschichte ist die Frage, wie sich Krebs ausbreitet, für alle Menschen verstehbar geworden. Und zum ersten Mal können alle Menschen, alle Menschen hier im Raum, alle Menschen überhaupt, die damit in Verbindung kommen, durch die Verbreitung dieser neuen Erkenntnisse dazu beitragen, dass diese Krankheit eines Tages keine Volkskrankheit mehr ist. Und zum ersten Mal in der Geschichte ist das Ende der Krebs Epidemie in Sicht und damit möglich geworden. Ein wahrlich historischer Augenblick. Verstehen Sie das? Und natürlich, wenn uns das gelingt, dann werden wir in diesem Prozess diese ganzen Kampagnen zurückdrängen, die ich Ihnen vorhin mitgeteilt habe, diese Kriegsführung des Kartells, die psychologische Kriegsführung, die Angst vor dem Krebs, mit dem sie uns, die eigenen Menschen bekämpft, die chemische Kriegsführung, die sie über uns ausgebreitet hat, indem sie Millionen Menschen toxische Substanzen in den Körper einflößen lässt, die ökonomische Kriegsführung, die ganze Volkswirtschaft ruiniert. Also, wenn es uns gelingt, die Krebsepidemie zu beenden, dann hat das weitreichendste Folgen. Es wird das Ende weiterer Volkskrankheiten bedeuten, das Ende der Krankheitskostenspirale, es wird zur Gesundung der Staatshaushalte führen, es wird das Ende internationaler Wirtschaftskrisen bedeuten, nichts mehr und nichts weniger. der Nutzen für sie und ihre Familie ist genauso offensichtlich, gesünderes Leben, keine Angst mehr vor Krebs, durchschnittliche Lebenserwartungen wird sehr wahrscheinlich auf über 100 Jahre ansteigen, Krankenkassen Beiträge, Krankenkosten sinken drastisch, Sozialabgaben sinken, die Arbeitsplätze werden sichere, junge Menschen finden wieder Arbeit, ihr, die heute Abend hier seid, auch eure Welt, um die es hier geht. Gemeinde, Staatshaushaltsanierung, Schul-, Krankenhausfinanzierung, all die Dinge, die wir in den Nachrichten jeden Tag lesen, Einsparungen, geschlossen, all diese Dinge werden unter einem ganz neuen Licht erscheinen. Und um dieses Buch, um dieses Wissen in dem Buch verbreiten zu können, kreativ, mit neuen Ideen, Initiativen, haben wir uns überlegt, dass wir Ihnen vorschlagen, eine Initiative, die nennt sich Meine Stadt krebsfrei oder in diesem Fall hier in Berlin, Berlin krebsfrei. Was heißt das? Wir möchten, dass Sie dieses Buch mit möglichst vielen Ideen unter Ihren Freunden, Bekannten und den Mitbürgern Ihrer Stadt verbreiten. Es spricht für sich. Wir wissen aus den ersten Wochen, wo dieses Buch verfügbar ist, dass jeder, der liest, kommt gleich und sagt, boah, das wusste ich nicht, vielen Dank. Und genau das möchten wir Ihnen vorschlagen. Wenn Sie also diesen Button lesen, Berlin krebsfrei, dann ist das sehr eng verknüpft mit der Verbreitung dieses Buches. Wir erwarten nicht von Ihnen, dass Sie auf die Straße stehen und sagen, Berlin krebsfrei, glaubt mir. Nein, lassen Sie das Buch sprechen. aber Sie müssen sich mit anderen Menschen treffen, die genau dasselbe Ziel haben, die Erfahrung gemacht haben, was man alles tun kann, um das Wissen zu verbreiten. Ob das Bekannte sind am Kaffeetisch oder beim Gläschen Wein, Mitbürger, Informationsstände in der Innenstadt, ob das offene Tage sind, ob das Informationsstände in der Schule sind oder Elternsprechtage oder ein Gespräch mit dem Biologielehrer an der Schule ihrer Kinder. Bringen Sie diese Informationen zurück zu einem Kreis von Menschen, die sich diesem Ziel angeschlossen haben. Vor zwei Tagen habe ich dieses Bild im Internet gefunden, ein Bild aus New York, besetzt die Wall Street, eine Initiative, die auch auf Europa übergegriffen hat, insbesondere unter jungen Menschen, wie man hier sieht. Die jungen Menschen protestieren weltweit gegen die Gier der Banken. Nun, ich sage, wer gegen die Banken protestiert, bekämpft nur das Symptom. Das Geld der Banken kommt ja irgendwo her. Die Hauptursache für die gegenwärtige weltweite Wirtschaftskrise ist ein Jahrhundert der systematischen Plünderung privater und öffentlicher Haushalte durch das Pharma-Investment-Geschäft mit der Krankheit. Und wir, die Menschen, die die Zellularmedizin verstanden haben, wir haben längst erkannt, dass es nicht ausreicht, Symptome zu behandeln. Man muss zu den Wurzeln gehen, zu den zellulären Wurzeln, zu einem genauen analytischen Verständnis, was da stattfindet. Und das hier ist genau dasselbe im Großen. Meine Bitte, besuchen Sie nachher den Stand Berlin Krebsfrei draußen im Foyer, tragen Sie sich ein in die Listen auf Ihrem Sitz für ein erstes Treffen Anfang Dezember, wo Sie zusammenkommen, diejenigen, die sich vorgenommen haben, das hier in Berlin umzusetzen. Und darum geht's, das Wissen in diesen Büchern. Wenn einer hier rausgeht und sagt, der Doktorat hat eine Riesenschau zur Promotion seiner Bücher abgezogen und Ziel war es, dass möglichst viele Menschen viele, viele Bücher kaufen, dann sage ich, das Ziel habt ihr verstanden. Dass möglichst viele Bücher unter die Menschen kommen, aber das Doktorat einen Euro davon in die eigene Tasche steckt. Das gelogen. Wir möchten gerne, dass ihr Teil dieser historischen Aufklärungskampagne werdet, dass ihr das Buch nutzt als Waffe in Anführungszeichen in einer Aufklärungskampagne, die ihresgleichen sucht. Wir möchten, dass ihr die Erfahrungen austauscht, weil dieser Kampf nicht allein geführt werden kann und dazu dienen diese Initiativen. Eine Welt ohne Krebs ist möglich. Machen wir diese Welt zur Realität für diese Generation und für die Generation eurer Kinder, eurer Enkel und aller zukünftigen Generationen. Diese Auseinandersetzung wird nur einmal durchgefochten und das ist jetzt. Vielen Dank, dass Sie heute Abend hier waren. Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank.